Hallo, heute ist Sonntag, der 13. August 2006. Es ist jetzt ca. 9.45 Uhr. In wenigen Augenblicken wird der Goliaths, ein Hochhaus, das im Jahre 1973 hier im Malerstern gebaut wurde, hinter mir gesprengt. Wir werden sehen, welche Aufnahmen wir machen können und sind gespannt, ob alles reibungslos verläuft. Wir werden sehen, wie wir sehen, wie wir sehen, wie wir sehen, wie wir sehen. Wir werden sehen, wie wir sehen, wie wir sehen, wie wir sehen. Wir werden sehen, wie wir 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 sehen Vielen Dank.